Wir begrüßen Sie recht herzlich bei babyartikel.de. In diesem Video präsentieren wir Ihnen den Autositz Comfort Pro von KIDI. Der Comfort Pro ist von Anfang an mit dabei. Er eignet sich für Kinder der Gruppe 1 ebenso wie für Kinder der Gruppe 3, ohne dass Komfort und Sicherheit zu kurz kommen. Vor allem die Kleinen brauchen Stabilität und Sicherheit, da die Muskulatur noch nicht stark genug ist um Kräften, die bei einem Unfall entstehen können, entgegenzuwirken. Ein stark gepolsterter Fangkörper schützt Kinder bis 19 kg. Er wird vor dem Sitz angebracht, sodass er am Bauch Ihres Kindes anliegt. Sowohl der Becken als auch der Schultergurt werden durch die Führung gelegt, um den Fangkörper zu sichern. Er fängt den Oberkörper weich auf, damit die Kraft des Aufbreits gleichmäßig verteilt wird und gefährliche Halswirbelverletzungen verringert werden. Für Kinder bis 18 kg können Sie eine komfortabte Liegeposition einstellen, in der Sie bequem einschlafen können und sich wohlfühlen. Der Bügel an der Rückseite wird dafür nach hinten ausgeklappt, damit die Position des Sitzes nicht verrutscht. Die seitlichen Kopfstützen stabilisieren eine gesunde Haltung. Ein ausklappbares Sitzkissen ermöglicht eine variable Sitzhöhe und bietet vor allem für kleine Kinder einen erheblich besseren Sitzkomfort. Für Kinder bis 13 Monate bleibt es zusammengefaltet. Bis 18 Monate können Sie es auseinanderklappen. Danach sollte es ganz entfernt werden. Zusätzlich lässt sich die erhöhte Beinauflage ausziehen, damit die Beine optimal gestützt sind und Ihr Kind nicht unter dem Gurt hindurchrutschen kann. Ab ca. dem 4. Lebensjahr können Sie den Fangkörper entfernen. Der 3-Punkt-Gurt verläuft durch die integrierte Gurtführung. Der Gurtverlauf passt sich automatisch der Höhe der Kopfstütze an. So liegt er nicht zu nahem Hals und verläuft optimal über Schultern und Brustkorb. Mit nur einer Hand können Sie die Höhe und Breite des Sitzes an die Körpergröße Ihres Kindes anpassen, damit es immer genügend Platz hat und sich wohlfühlt. Wird die Höhe der Rückenlehne verstellt, passt sich die Breite automatisch an und die seitlichen Stützen ziehen sich auseinander. Für optimalen Schutz im Kopf- und Schulterbereich sorgt das wabenförmige, stoßabsorbierende Dämpfungsmaterial, das vor allem Kräfte, die von der Seite einwirken, absorbiert. Zudem schützen die seitlichen Schulterstützen in einer Unfallsituation und verhindern das Wegkippen, wenn Ihr Kind eingeschlafen ist. Für höchsten Komfort sorgt das luftdurchlässige Thermotex-Material, das ein übermäßiges Schwitzen verhindert und an kalten Tagen wärmt. Damit der Bezug über die Jahre sauber bleibt, können Sie ihn einfach abnehmen und bei 30 Grad waschen. Die gelungene Kombination aus Sicherheit und Komfort sowie die Möglichkeit, ihn im Flugzeug zu benutzen, belohnt auch Stiftung Warentest mit der Note gut. Zudem schützt. Zudem schützt. Zudem schützt. Zudem schützt. Vielen Dank.